mein online-kursprogramm findest du auf liebeship.de rund um dating beziehung und liebe toxische beziehungen und so weiter und so weiter schau gerne mal ein neues buch ein neue dimension der liebe überall zu kriegen und wird diese woche noch rechten schmanker geben eine kleine kooperation youtube kooperation zum thema johnny depp aber dazu dann mehr wenn es raus ist dann werdet ihr das schon mitkriegen denke ich so heute geht es um das thema ja ich würde mal habe das mal so genannt haben wir so die gleichen näher erwartungen nachricht von raf lefka lieber christian ich bin gerade über deinen kurs über liebes dabei deinen kurs über liebeskummer auf liebeship.de durchzugehen was mir schon sehr geholfen hat möchte gerne deinen rat hören über meine beziehungssituation gehöre wohl auch eher zu der co-abhängigen pluspoligen fraktion war über 20 jahre mit einem depressiven mann verheiratet der emotional wenig verfügbar war von dem ich erst loskam als ich selber einen burn out erlitt ja wir müssen immer erst irgendwie unten aufschlagen aber trotzdem tut mir leid dass du das erleben musstest aus angst in eine ähnliche situation zu kommen war ich anschließend über zehn jahre single bis ich vor zwei jahren über eine partnerbörse ich war das single leben dann leid ein mann kennen lernte der mehrere langjährige beziehungen hinter sich hatte also was ja spannend ist also musst du einmal gucken ob man selber ein bisschen bildungsangst hat so passive da gibt es ja auch ein kurs zu bei mir weil was jemand zusammen der nicht verfügbar war du ganz ganz lange single und ja kleiner spoiler jetzt was ich jetzt gleich vorlese auch nicht so optimal gelaufen da könnte man also ich kenne ich jetzt nicht aber könnte man mal gucken so seine letzte freundin hatte sich von ein jahr vorher von ihm getrennt sie war wohl einige jahre fremd gegangen ohne dass er es gemerkt hat gut also wird wohl so gewesen sein trotzdem sage ich immer gerne gerade auf dating börsen ihr kennt die leute nicht was sie euch erzählen über ihre vergangenheit kann stimmen kann nicht stimmen ist nicht in stein gemeißelt so ist die welt leider kann es kann es wie es ist er sagte dass sex wie nicht mehr die rolle spielen würde wie früher ja also warum sagt man sowas das ist auch ein bisschen zwischen den zahlen lesen wie auf immobilienskarte oder so wenn ihr euch eine wohnung anguckt warum ist das erste foto einer wohnung wie es draußen aussieht zum beispiel warum weiß ich nicht warum steht im wohnungsexposé eventuell bauarbeiten warum sagen leute sowas weil es vielleicht eine riesen baustelle ist die es da gibt und ich weiß nicht ich nehme an du bist jetzt nicht 173 und da ist so eine aussage sex ist für mich nicht wichtig weiß ich nicht wie alt man da sein muss dass das nicht mehr wichtig ist aber ist jetzt nichts falsch daneben nur es zeigt einfach auch ist auch ein aufruf komme nicht zu nahe irgendwie so und das darf er sagen das ist nur die frage ob also ich verstehe mich jetzt nicht falsch also wenn er sagt ich bin so ein bisschen asexuell und ja oder vielleicht ist ja auch bildungsängstlich aktiv bildungsängstlich dann ist es ein gutes recht nur muss man halt gucken ob man selber damit klarkommt werden wir anfang jedoch regelmäßig indoor olympics wobei die initiative mehr von mir aus ging mit der zeit flaute die lust bei ihm immer mehr ab und ich war immer gefrusteter er wollte aber auch nichts daran ändern meinte ich wäre zu anhänglich und bedürftig das würde ihn abtören also jetzt zum echten bildungsängstler ist natürlich alles zu anhänglich und trotzdem einfach um auch mal beide seiten zu beleuchten konntest du das für dich prüfen ich weiß natürlich jetzt nicht ob da was dran sein könnte weil viele plus pole sind anhänglicher und bedürftiger als sie denken und merken aber ich weiß nicht ob sie auf dich zutrifft jetzt und merken gar nicht wie schwierig das ist das heißt es aber nicht dass dass dadurch diese situation vermieden worden wäre nur man schafft bestimmte anziehungspunkte wenn ich selber relativ verstehe mich jetzt nicht falsch relativ bedürftig und anhänglich bin ziehe ich es ist wirklich gemein aber es ist so ich ziehe menschen an die so pseudo autonom sind genau das gegenteil weil das universum matcht uns gerne so mit dem gegenteil und von daher ist immer eine gute idee für pluswohle zu überlegen unabhängiger zu werden mehr selbst liebe also natürlich wenn man in einer beziehung auch bedürfnisse befriedigen ist ja klar aber auch viele bedürfnisse für sich selber befriedigen und ist immer eine gute idee so er habe viele freundinnen denen er aufmerksamkeit schenkt von denen er sexuell aber nichts will aber das finde ich also das ist wieder so das ist wieder das gleiche wie mit immobilienscout und irgendeiner komischen wohnung das wo da steht wohnung ist in einem belebten stadtteil von turkmenistan ja warum steht es da ne warum sagt er sowas also weil er wahrscheinlich sagen will es kommi bloß ich habe hier x freundin von denen ich ganz viel aufmerksamkeit kriege es kommen bloß nicht auf die idee da irgendwelche sonderrechte also mir wird das schon reichen dating sofort zu beenden ich würde ich denken würde also das ist aber auch so ich weiß nicht ob die das auch so wird kann ja mal kommentieren typisch online dating also das war ein müll den man da hört also ich weiß nicht vielleicht er will auch weiter daten ich weiß es nicht keine ahnung also von denen er sexuell nichts will was ich ihm glaube ja es kann auch sein trotzdem ja ist die meisten menschen wenn sie in der liebesbeziehung sind wollen die nummer eins sein und wenn dir jemand gleich am anfang sagt du sorry du bist auf jeden fall die nummer 267 vor allen dingen kann man sich schon ausrechnen wo man dann später landet nämlich wahrscheinlich auch in diesem freundeskreis werden wir interessant zu wissen mit wie vielen von denen er schon zusammen war auch kapitel übrigens in meinem buch das minus pole halt falls es einer ist abhängig sind von der aufmerksamkeit von vielen häufig nicht so von einer person so ich fühle mich hoffe ich das fünfte rad am wagen es kommt vor dass seine freundin größer und sorgfältiger ausgesuchte beschenke bekommen als ich big fucking red flags eine sogenannte bfr das geht gar nicht natürlich musst du die nummer eins sein ich meine ich bin jetzt kein großer freund von wie heißt er jetzt noch mit den familienaufstellen hellinger aber was er mal gesagt hat mit seinen ordnungen der liebe da schon viel dann wenn er mit seinen freundinnen und mir zusammen ist umarmt oder berührt er sie mehr als mich bfr ich bin allerdings auch sehr zurückhaltend in situation berührung meinerseits auch in der öffentlichkeit naja aber so wie das beschreibst definitiv nicht was du willst möchte einfach auch nicht so besitzer greifen und nie darüber kommt naja gut aber was du da jetzt schilderst das wird jeden abfacken fast jeden außer ihnen hier wahrscheinlich aber wenn du ihn behandelst würden wenn würdest wie er dich behandelt wäre wahrscheinlich auch nicht zufrieden könnte ich verwenden da gibt es ja dann immer doppelstandards er sagte nee andere als bin ich hinterher schon eifersüchtig und das nervt man freunde mich natürlich auch ja ich sag ja immer es gibt begründete und unbegründete eifersucht das hat sich definitiv noch begründet hatte ich auch mal einer beziehung dass ich in der bar war und die freundin mit der ich da war die hat dann mit jedem typen gesprochen also die hatte mich zwar im arm wirklich mit jedem typen angesprochen jeden typen von einem typen der dann kam angesprochen bisschen flirte da habe ich auch gesagt was soll der scheiß ne und dann hat sie auch gesagt du bist so eifersüchtig ja was doch wenn du mit jedem dem gesicht da flirte ist was zwei ohren hat ja natürlich eifersüchtig ich meine also man wird häufig auch eifersüchtig in diesen beziehungen wenn man es mit einer bindungssicheren person überhaupt nicht wehrterweise ne ja was jetzt letztlich zur trennung geführt hat war dass er mir nicht gesagt hat dass er für den bruder seiner ex freundin arbeiten ausgeführt hat ich war enttäuscht darüber dass er es nicht gesagt hat nicht über die arbeit an sich ich weiß dass mit der ex freundin nichts mehr läuft sagt daraufhin ich würde ja schon nach einer trennung betteln was ich nicht verstand weil ich es nicht so empfand und er hat daraufhin schluss gemacht ja sagen wir mal so so richtig verliebt war es aber nicht ist ja schon naja hatten noch mehrere aussprachen deshalb wo er noch näher darauf einging sagt es hätte ihm etwas gefehlt in unserer beziehung ja also falls sie also anders wenn etwas zu viel war hat immer gehofft das würde noch kommen kam aber nicht er wollte gerne freundschaft mit mir halten da sind wir ja schon sollten sein freundschaftsharem eingepflegt werden das macht sie hoffentlich nicht ich habe das erst mal abgelehnt weil ich das so schnell nicht kann sorry also macht die datingkurse bei mir gern aber kann doch jetzt schon sagen was dazu drin steht freundschaft gibt es nicht jemand der dich so abschießt also natürlich kann man befreundet sein mit einem ex wo es auch wirklich eine freundschaftliche ebene gibt die sich überhaupt nicht sondern nur dass du so aufmerksamkeitsspender bist an seinem komischen freundeskreis da hätte ich keinen bock drauf außerdem du willst ja was anderes von ihm von daher ist freundschaft ist auch fake also das ist unehrlich ne würde ich auf gar keinen fall machen wollte eine kontaktphase wir haben uns dann beide daran gehalten er wollte sich allerdings zu meinem geburtstag melden wegen geschenk und soja was soll dass ihr seid auseinander ihr könnt sie sagen bleibt wo der pfeffer wächst ist durch du hast dich getrennt und da wäre ich echt stolz und eiskalt ne so du hast dich getrennt er erst mich in ruhe mit deinem scheiß schenk das deinen blöden freundin ist jetzt zu spät da wäre ich echt knallhart ne es sind jetzt acht wochen rum und ich habe nächste woche geburtstag habe ich etwas angst davor wie soll ich darauf reagieren ja das musst du wissen also ich würde das warum willst du überhaupt sehen ich würde sagen hey ich will dich nicht hier sehen kannst weil dann geschenkt ein geschenk der blöden freundin würde ich also sagen und wenn er vor der tür steht dann sagst du danke nimmst das geschenk und schmeißt in den mülltonnen fertig da habe ich gar nicht reingucken das tut ja auch nur weh ne was soll der scheiß ne wieso will er auch mit mir befreundet bleiben ja das musste ihn fragen aber ich denke es geht hier um aufmerksamkeit auf einer sehr dünnen ebene also weil er das scheinbar nicht gut haben kann wenn jemand zu nahe kommt und dann braucht man halt trotzdem ist das sicherlich auch auf eine art bedürftig aber braucht das halt von vielen so sehe ich das so nur eine vermutung direkt toxisch für unsere beziehung nicht bezeichnen fühlt mich allerdings auch nicht gesehen mit meinen bedürfnissen ja die hätte aber hätte noch wenn ich das nicht beendet worden wäre noch ziemlich blöd werden können glaube ich aber stimmt sicher auch so ist es auch mein ego was jetzt unbedingt versucht in kontakt zu bleiben war ich viel zu nie was habe ich mir zu viel gefallen lassen also ich finde du jetzt es werden können sage ich ganz ehrlich also wie gesagt jetzt so eine rückschau auf diese mail habe ich jetzt nicht das gefühl dass du zu nie die war es trotzdem sollte jeder plus wohl da mal drüber nachdenken weil wenn man mal einmal selber so ein plus wohl gedatet hat weiß man dass das schon ein bisschen nerven kann aber jetzt in diesem zusammenhang kann ich das jetzt nicht so sehen ja kann meine rollen sehr beziehung nicht so gut einordnen was klassische plus wohl rolle auch wenn es jetzt nicht so super toxisch war ja aber eine antwort von dir würde ich mich freuen ja hiermit passiert kauft die fucking kurse und genau schaut mal was da noch lustiges kommt auf youtube genau wir sehen uns bald wieder